Heute besprechen wir die drei wichtigsten Komponenten für Traumnoten in der Oberstufe und im Abitur. Willkommen zurück Abiturleden, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabitur. Und je mehr ich für mich selbst mich im Leben weiterentwickle und sowohl auch gleichzeitig meine Aufgabe hier als Abiturcoach für euch mache, desto mehr erkenne ich zwei Dinge. Erstens, dass es egal, wo du erfolgreich werden möchtest, es nicht primär darum geht, jeden einzelnen kleinen Hack und Tipp noch irgendwo rauszuziehen, sondern dass es tausendmal wichtiger ist, sich auf die grundlegendsten Prinzipien zu fokussieren und die auch immer konstant zu wiederholen, weil du nur so, wenn du die einfach nur wiederholst, garantiert dorthin kommst, wo du möchtest und als Aufgabe als Abiturcoach lerne ich immer mehr eben in Bezug auf Oberstufe und Abitur, was da die wichtigsten Prinzipien sind, die es braucht, um sie konstant zu wiederholen und dass man so garantiert auch seine Traumnoten erreicht. Und diese drei wichtigsten Komponenten stelle ich dir heute vor. Erstens, die richtige Strategie. Und die richtige Strategie bezieht sich auf so ziemlich alles. Das bedeutet, dass du richtig lernst, das bedeutet auch, dass du dich beim Melden, also wie du dich im Unterricht und den Lehrern gegenüber verhältst, dass du dich da korrekt verhältst, dann auch, wie du dein ganzes Leben, deine ganze Zeit managst. Wenn du da nicht die richtigen Strategien hast, ist es egal, wie viel du davon machst oder wie sehr du dich anstrengst, weil du wirst immer wieder Tag für Tag so viel mehr Energie in die Sache reinstecken, als eigentlich möglich wäre. Du kannst einfach sehr effizient lernen und du kannst super ineffizient lernen. Und wenn du ineffizient lernst und dann fünfmal so lange baust, wie jemand, der effizient lernt, dann ist es einfach super, super unpraktisch. Deswegen habe ich euch ja zum Beispiel auch schon die AI-Methode vorgestellt. Die findet ihr hier rechts oben in der Ecke. Das ist super wertvoll, dass du verstehst, wie das richtig funktioniert und so auch deine Zeit maximal effizient nutzen kannst. Zweitens, die Umsetzung. Wir sind mittlerweile so stark darauf, aus überall noch Content reinzuziehen, Content, 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 Content und jeder vergisst die Umsetzung. Warum? Weil es dir alles schwer ist. Es ist so viel einfacher, sich noch ein YouTube-Video reinzuziehen, anstatt wirklich einfach mal zu sagen, okay, shit, ich fokussiere mich jetzt auf die wichtigsten Prinzipien. Ja, also wie ich bei Punkt 1 gesagt habe, die Strategie. Was muss ich wirklich machen? Was sind die erprobtesten Lernstrategien, die ich umsetzen kann? Was sind die besten Umgangsweisen mit dem Lehrer, die ich anwenden kann? Was sind die besten Zeitmanagement-Regeln, die ich anwenden kann? Und dann aber auch nicht nur anwenden kann, sondern auch wirklich anwende. Denn wenn du das nicht hast, dann ist es egal, was für tolle Strategien du auf der anderen Seite wieder hast, weil wenn du sie nicht umsetzt, bringt dir das genauso wenig. Und jetzt der Punkt, den so viele so stark vernachlässigen. Drittens, das richtige Umfeld. Wenn du nicht das richtige Umfeld hast, dann kann deine Strategien so geil sein, wie sie wollen und du kannst auch so sehr, wie du willst, versuchen, es umzusetzen, weil erstens wird deine Umsetzung langfristig lange nicht so effektiv sein, wie sie sein könnte, weil alle anderen sagen, hey, chill doch mal ein bisschen mehr, mach doch gar nicht so viel, warum willst du so ein gutes Abi schreiben, ist das nicht viel zu krass, du bist nicht ein Streber und bla bla bla. Und zweitens, wirst du selbst irgendwann nicht mehr an dir glauben. Sobald die erste schlechte Note kommt, wirst du das Gefühl haben, fuck, man, fuck, irgendwie, sie haben es doch alle gesagt, ich kann es nicht schaffen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du in deinem Umfeld arbeitest, dass du dir die Freunde raussuchst, die dich motivieren, die dich pushen und die, egal was passiert, hinter dir stehen. Dass du eben nicht auch vielleicht zu sehr mal auf, was weiß ich, vielleicht sogar deine Eltern hörst, wenn die dir sagen, hey, du kannst es nicht schaffen, das hat bisher keiner geschafft. Du musst an dich glauben, deswegen sage ich das auch am Ende von jedem Video. Und das ist so entscheidend. Jetzt gibt es aber noch eine Sache, die mir noch wichtiger am Herzen liegt. Und zwar ist es mir so wichtig, dass ich nicht nur sage, ey, hier, mach das im YouTube-Video, mach das, 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 weil ich weiß, dass euch die YouTube-Videos super viel bringen, deswegen vielen Dank an eure lieben Kommentare. Aber ich weiß genauso, dass wenn ich wirklich noch mehr Impact für vor allem diejenigen, die es wirklich wollen unter euch, schaffen will, dann müssen wir noch mehr Dinge one-on-one machen, dann müssen wir noch mehr Dinge live machen. Diejenigen, die auf Instagram mir schon folgen, wissen schon, was passieren wird. Alle anderen ganz, ganz gut Ohren aufgespitzt und auch die, die schon davon Bescheid wussten. Und zwar das Abiturathleten-Bootcap. Wir werden die Garantie für deinen Traumabiturschnitt machen. Und zwar in den Weihnachtsferien fahren wir für fünf Tage einmal nach Amsterdam und einmal nach Prag. Amsterdam in der ersten Weihnachtsferienwoche, Prag in der zweiten Weihnachtsferienwoche. Und dort werde ich persönlich mit dir vor Ort sein, neben dir noch neun andere Abiturathleten. Und wir werden gemeinsam den besten Plan, die besten Strategien entwickeln, wie du aus deiner jetzigen Situation deinen Traumabiturschnitt erreichst. Denn du kannst dir ganz, ganz viele Videos reinziehen und das wird dir ganz, ganz viel bringen. Und vor allem, wenn du sie auch selbst in deine Situation beziehst, super wertvoll. Aber nichts schlägt es, wenn ich eins zu eins mit dir arbeite, wenn ich ganz genau weiß, was sind deine größten Probleme. Die einen haben vielleicht gar kein Problem mit Mathe, die anderen haben ein riesiges Problem mit Mathe. Die einen sind Zeitmanagement-technisch schon super, denen fehlt es aber total an der Umsetzung. Und all diese Komponenten. Und nur bei so einer Reise kann ich individuell auf dich eingehen. Und ich habe die Reise genau so designt, dass wir diese drei Komponenten, die ich gerade eben angesprochen habe, perfekt drin haben. Du bekommst die besten Strategien bezüglich Lernen, bezüglich Zeitmanagement, bezüglich mit den Lehrern umgehen, mit Mitschülern umgehen, mit was weiß ich was. Wirklich mit allem. Deine Prüfungsangst, du bekommst die besten Hacks, alles was du theoretisch brauchst, um deinen Trauma-Abitur-Schnitt zu erreichen. Zweitens, die noch wichtigere Komponente. Wir werden durch Übungen und auch Check-Up-Call, das heißt es wird nicht nur diese fünf Tage Reise geben, wir werden danach nochmal in der Gruppe skypen, damit ich sicher gehen kann, dass du die Dinge umsetzt. Damit es nicht nur ein, oh jetzt habe ich was Tolles gehört und dann habe ich es wieder vergessen, sondern dass du es garantiert umsetzt. Und vor allem drittens, du wirst dort das geilste Umfeld haben, was du vermutlich jemals in deinem Leben erlebt hast. Ich kann es so von der letzten Abitur-Leute in der Reise bestätigen, es war crazy. Wir fahren da auch jeweils in ein richtig geiles Airbnb, es wird einfach mega, mega viel Platz, mega viel Zeit zum Chillen, wir werden die Städte erkunden, eben Amsterdam oder Prag. Es wird einfach der absolute Hammer. Aber bevor ich weiterrede, zieht euch einfach den offiziellen Trailer, den es erst ab jetzt öffentlich zu sehen gibt, rein und seid gespannt darauf. Ich freue mich auf dich. Ich habe die erste Besprechung gehabt, richtig, 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 richtig cool. So viel gebracht. Ich glaube, das habe ich dir auch schon mal persönlich gesagt, dass du halt kein 0815-Scheiß erzählst. Eine wahnsinnig gute Möglichkeit, um neue Leute kennenzulernen. Organisatorisch finde ich, konnte man es nicht besser machen. Du erzählst halt was Frisches, was Neues, das hat mir sehr gefallen. Neue Sichten auf irgendwie Disziplinen oder Zielsetzen zu haben. Die ganze Reise von den ganzen Ereignissen von 2018 zu den Highlights. Das war's. 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 Das ist alles, was ich da nicht so erweiten. Du bist sowohl kumpelhaft für uns da. Das war's. Das höre ich hier von mir aus. Also für mich war's auch noch so'n Step out of your comfort zone. Und ich glaube, das war einfach die beste Reise, die ich bis jetzt gemacht habe. Man muss einfach mal das ausprobieren und dadurch lernt man schon, wenn man einfach aus einem normalen Umfeld rausgeht. Die Menschen sind halt nicht so wie andere, so eine Truppe, um sich zu haben, die einen stärkt. Man kann durchstarten, man hat so eine Sicherung, man hat irgendwie was zum Festhalten. Als Schüler sollte man das machen. Mehr kann ich nicht sagen. Es lohnt sich halt einfach. Egal, ob du jetzt was für die Schule mitnehmen kannst, was ich aber eigentlich versichern kann. Du musst es halt nur umsetzen, was du halt sagst. Sowas wie halt ausarbeiten, das ist halt die Hauptsache. Du kannst sagen, was du willst, wenn du es nicht umsetzt, dann ist es halt einfach so. Es lohnt sich auf jeden Fall. Schon alleine so diesen, okay, du bist kein Fan von Motivation, sagst du ja immer so, aber es ist halt ein Motivations-Bus, also das ist ein Energie-Kick, den du hast. Und schon allein das, da lohnt sich halt diese Reise, weißt du? Genau. Überredet halt die Eltern, ansonsten Omi oder Opi. Ja, es ist halt eine Reise, die nicht vergessen. Oh yes, Leute. Und wenn du jetzt dabei sein möchtest, dann musst du nichts anderes tun, als einfach in der Beschreibung auf den allerersten Link gehen und dort einen Besprechungstermin mit mir vereinbaren. Das geht ganz einfach, einfach draufklicken, es sind vier simple Schritte, du wählst den nächsten Tag aus, der für dich passt, du wählst eine Uhrzeit aus, die noch verfügbar ist, gibst deine Details an und dann drückst du einfach auf Termin buchen und dann werde ich mit dir, weil das ist mir so, so wichtig, gerade weil der Umfeld so entscheidend ist. Ich möchte mit jeder Person, die dort dabei ist, davor gesprochen haben. Wir hatten bisher schon einen offiziellen Ticket verkauft über Instagram, den ich aber nur dort angekündigt habe, da sind jetzt schon einige Tickets weg, aber ab jetzt geht das Ganze nur noch darüber, dass ich wirklich davor mit dir spreche, weil ich möchte erstens, dass du in einer Situation bist, in der wir dir sinnvoll helfen können und dass ich einfach sicher bin, dass wenn du mitkommst, du daraus einen krassen Value bekommst und gleichzeitig möchte ich für alle anderen sicher gehen, dass jede Person und eben auch für dich sicher gehen, dass jede Person, die dort mitkommt, einfach vom Mindset her richtig gut am Start ist, das heißt nicht, dass sie schon perfekt gute Noten schreibt, aber dass sie positiv ist, dass sie motiviert ist und auch, dass sie anderen einfach von der Menschlichkeit her was geben kann, weil ich möchte, dass es einfach wieder so ein geiles Umfeld wird, wie bei der letzten Abiturathletenreise es macht, das heißt, du musst nichts anderes tun, klick einfach auf den Link, sichere dir den Besprechungstermin, da werde ich persönlich mit dir sprechen und eben schauen, dass das alles passt und ansonsten, und ansonsten freue ich mich einfach nur so krass darauf, wenn du dabei bist. Es gibt noch ein paar Bonisse, die wir noch gar nicht in den Trailer reinpacken konnten, genau, wie gesagt, es gibt Skype-Zuschaltungen der besten Abiturienten von 2018, also Magdalena kennt ihr ja noch aus dem 0,7 Abi-Video, sie wird per Skype dir deine besten, ihre besten Tipps und Erfahrungen geben, wir haben zwei weitere dabei, die 1.0 Abi haben, wir haben einen weiteren 0,7 Abiturienten dabei, also ihr seid mit dem Besten, der Besten, der Besten versorgt, zusätzlich kriegt ihr einen 50% Rabattcode, aber nur für diejenigen, die eben mitfahren, für einen Intensivvorbereitungskurs von StudyHelp, für diejenigen, die es nicht kennen, bei StudyHelp kannst du Intensivvorbereitungskurse buchen, die dich einfach fächerspezifisch, also das, was ich eben nicht mache, also wirklich inhaltlich, wie mache ich Ableitungen, wie kann ich Mathe perfekt aus Abitur vorbereiten, wie kann ich mich in Bio perfekt aus Abitur vorbereiten, all das macht, StudyHelp verlinke ich euch auch unten in der Beschreibung, sollt ihr auch unbedingt abchecken. Und jetzt gilt einfach nur noch, dass du mit deinen Eltern absprichst, dass du mitfahren kannst, den Termin mit mir machst, aber auch wenn du noch Probleme mit deinen Eltern hast oder was auch immer, mach als allererstes diese buchen, weil da kann ich dir bei allem helfen und dann werden wir uns sehen, ich freue mich so sehr auf euch, das wird eine Hammerwoche und bis dahin sehen wir uns, denk dran, ich glaube an dich, wir sehen uns im nächsten Video, dein Leo. Ach ja, und was ich noch vergessen habe, es wird gleich um 20 Uhr noch das offizielle Video zum Abiturdäten Bootcamp kommen, wo ich nochmal den Trailer zeige, wo ich nochmal alles ausführlich erkläre, das heißt, sichere dir jetzt auf jeden Fall schon mal deinen Besprechungstermin, dass wir das auf jeden Fall safe haben und du einfach in den nächsten Tagen da dabei bist und dann kannst du dir heute Abend auch nochmal den Trailer reinziehen und das ganz offizielle Video zu deinen Eltern zeigen, denen das schon mal vorab zeigen, damit die da Bescheid wissen und dann freue ich mich, dich zu sehen. Heute Und dann kann ich es breathe, ja.